Isashowa 44 cm weiblich, das war bei den Männern tatsächlich auch weib dabei. Interessant. Also weiblicher Isashowa 44 cm Missai, auch den haben wir als Tassai gekauft. Hier sieht man gerade eine kommende Kopfzeichnung. Der Kopf ist vorne etwas breit. Müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Das Benni ist gut, ist nicht ganz so tief wie bei den Männern, das ist klar, ist aber gut. Man sieht jetzt hier in der Mitte von der Schuppe, sieht man diese dunkleren Stellen, die schieben sich dann nach außen. Also so wie es in der Mitte ist, dieser Strich, so wird es dann auch zum Ende. Also das wäre ein sehr guter Schuppe auch von Benni. Das hat Motogura und beiden Flossen. Ansonsten einen schönen gestreckten Körper kann 75 bis 80 cm schaffen. Bis Mai 55 cm kriegen wir hier schon auf die Größe drauf. Also 55 cm bis Mai kann der schaffen. Jawohl. So, jetzt einfach.